Bayern 3. Bayern 3. Guten Morgen. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Intendantin Dr. Katja Wildermuth. Programmdirektion Information Thomas Hinrichs. Programmdirektion Kultur Dr. Reinhard Skolik. Verantwortlich sind für Bayern 1, Bayern 3 und PULS Walter Schmiech. Bayern 2 Stefan Mayer. BR Klassik Oswald Bourgeon. BR Franken Tassilo Forchheimer. BR24 Christian Nitsche. Kultur Sylvie Stephan. Politik und Wirtschaft Andrea Kister. Sport Christoph Netzel. Unterhaltung und Heimat Annette Siebenbürger-Holz. Wissen und Bildung Werner Reuss. Grundlagen unserer Nachrichten sind die Agenturen dpa, afp und Reuters. Sowie die Berichte eigener Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks. Alle Kommentare geben die Meinung des Verfassers nicht eine Stellungnahme des Bayerischen Rundfunks wieder. Immer aktuell informiert.